Uwe Schneider ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Mit dem VfB Stuttgart wurde Schneider deutscher A-Juniorenmeister 1988-89 still. Er absolvierte 99 Bundesligaspiele für den VfB, den VfL Bochum und Eintracht Frankfurt. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er beim VfB Stuttgart, mit dem er in der Saison 1991-92 unter Trainer Christoph Daum deutscher Meister wurde. Dies war gleichzeitig auch seine einzige Saison, in der er mehr als die Hälfte aller Erstligaspiele bestritt. Er absolvierte 32 Spiele in der 2. Bundesliga, jeweils eine Saison bei Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg. Anschließend war Schneider drei Jahre lang in der Regionalliga Süd beim VfH Ahlen aktiv, für den er in 42 Spielen zwei Tore erzielte. Nach der aktiven Laufbahn, seit 2008 ist der Sportdirektor beim oberligisten FC 08 Willingen. Am 9. Mai 2008 trat Trainer Christian Tordewitsch erst zum Saisonende, am 10. Mai 2008 dann mit sofortiger Wirkung von seinem bis 2011 laufenden Vertrag als Trainer des FC 08 Willingen zurück. Daraufhin übernahm Schneider bis Saisonende in Zusammenarbeit mit Co-Trainer Peter Grütering das Training.